Servus und herzlich Willkommen bei ARS24.com, eurem Kanal für alles was mit dem Sound im Auto zu tun hat und heute geht es um das Anschließen einer Nachrüstkamera an einem Nachrüst Autoradio. In diesem Video möchte ich euch anhand von unseren vier gängigsten Nachrüstkameras zeigen, wie man sie an einem Nachrüst-Doppel-DIN-Radio anschließt, wir reden also nicht von einem Werks-Autoradio von VW, Opel oder BMW, egal, wir reden hier von Nachrüst-Autoradio wie ein Alpine, wie ein Pioneer, wie ein JVC und wie ein Kenwood. Die meisten von euch werden die Multimedia-Geräte mittlerweile mit einem CAN-Bus-Adapter anschließen müssen, damit sie überhaupt funktionieren, da steigen wir jetzt gar nicht näher drauf ein, das wisst ihr alle selber, wenn ihr ein Nachrüstradio einbauen möchtet, dafür gibt es diese CAN-Bus-Adapter, die uns dann adaptieren auf das entsprechende Fahrzeug und die Signale aus dem Fahrzeug entsprechend zur Verfügung stellen und jetzt wäre das Radio an sich angeschlossen, aber wir brauchen ja jetzt das Signal, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dass mein Radio weiß, den Rückwärtsgang drinnen, Bild umschalten auf die jetzt nachzurüstende Kamera und dazu haben unsere CAN-Bus-Adapter den Anschluss für Reverse, also hier gibt es einen Anschluss der heißt Reverse und genau diesen muss ich am Autoradio anschließen, wo auch dran steht Reverse, weil genau das ist der Anschluss, der dafür zuständig ist, wenn Signal hier drauf ist, schaltet der Bildschirm um auf die Rückwärtskamera. Mit entsprechenden Quetschverbindern können wir jetzt die zwei Kabel miteinander verbinden, damit wir die Umschaltung vom Fahrzeug mit dem Rückwärtsgang schon mal erledigt haben. So, und damit haben wir die schon beieinander. Solche passenden Quetschverbinder bekommt ihr natürlich auch bei uns im Webshop, schaut einfach mal rein bei Quetschverbinder oder wir machen euch natürlich alle Links von verwendeten Artikeln hier bei uns im Video Beschreibungstext mit rein. Dann kommen wir jetzt in die Richtung Rückfahrkamera und eine Rückfahrkamera ist eigentlich immer so aufgebaut, dass ein kürzes Stück von der Kamera meistens so ein Meter, eineinhalb bis in die Trockenzelle gelegt werden kann, das heißt eine Rückfahrkamera ist ja in der Regel da wo auch Staub und Feuchtigkeit dran ist und wir legen mit dem kürzen Kabel erstmal das ganze in den Innenraum. Dann haben wir ein längeres Kabel dabei, damit wir das jetzt endgültig auch bis vor an den Autoradioschacht legen können und von dort aus haben wir jetzt das entsprechende Gegenstück, das wir jetzt anschließen müssen. An diesem Gegenstück finden wir jetzt so was wie hier ein Steckmodul jetzt für ein Masse und ein Plus und dieses Masse ist eigentlich relativ klar, wird hier auch auf die Masse von unserem Stromanschluss mit drauf gemacht, das ist ein und die selbe Masse, Minus und der Plus und da stellen sich jetzt die meisten wahrscheinlich schon die Frage ist es jetzt Zündungsplus, Dauerplus, wo schließe ich das jetzt überhaupt an und es ist so, dass es Sinn gibt, dass die Kamera dann anschaltet, wenn ich im Auto sitze und fahre, also die Zündung an habe und wenn ich aussteige mache ich die Zündung aus und die Kamera geht aus, also haben wir die Antwort auf die Frage schon, es gehört auf Zündungsplus drauf gelegt und Zündungsplus generiert jetzt in dem Fall unser CAN-Bus Adapter wieder, damit das Radio ja auch angeht mit Zündung an und aus, also legen wir jetzt unser Reverse, unsere Rückfahrkamera Plus Verbindung auf die Zündung vom Autoradio und das ist in dem Fall das rote Kabel, weil Gelb in der Regel Dauerplus ist und da wollen wir es nicht darauf anschließen, also hier in die Verbindung schaffen zwischen Masse und dem Zündungsplus, damit wäre jetzt Stromtechnisch die Kamera komplett angeschlossen und wir haben jetzt noch ein Videosignal, das die Kamera produziert, die für den Ducato hat speziell sogar noch ein Mikrofon mit eingebaut, wer ein Autoradio hat, wo ein Mikrofon, also ein Aux-In für Ton auch noch mit hat, kann das mit verwerten, ansonsten einfach nur das Videosignal nehmen und hier auf Rear View Camera, also das muss am Autoradio auch so gekennzeichnet sein, da können wir den Cinch, den Video Cinch nehmen und das ganze Ganze miteinander anschließen, also unser Videosignal von der Kamera mit dem Video Rückfahrkamera Input vom Multimedia Autoradio zusammenstecken, hier ist im Lieferumfang extra so eine kleine Kombination mit dabei, damit die Steckverbindung wieder passt, dann wäre das Videosignal und die Kamera stromtechnisch fertig angeschlossen und betriebsbereit. Damit auch alles rund ist, dass jeder weiß wie es genau angeschlossen wird, zeige ich euch jetzt auch noch, wie man das Plus und Minus mit entsprechenden Quetschverbindern auf die Kabel darauf adaptiert. Auch beim Plus durchtrennen und entsprechend die zwei Enden wieder zusammenfügen. Mit diesen zwei Steckern haben wir jetzt das Kabel so vorbereitet, dass es jetzt vorbereitet ist angesteckt zu werden mit den Stromversorgungskabeln von der Kamera und jetzt können wir Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinden. So, das war es, was das Thema Anschluss der ersten Kamera bedeutet. Kommen wir zur nächsten Kamera, der Pioneer ND-B C8 als Beispiel, die meisten Kameras sind ziemlich ähnlich aufgebaut. Wir haben hier wieder dieses Kürzestück von der Kamera bis ins Fahrzeuginnere, das wir dann mit der Verlängerung zusammenstecken, dann im Fahrzeug und vorne am Autoradioschacht genau diese drei Kabel zur Verfügung haben. Zwar ist das einmal wieder das Videokabel, das können wir jetzt direkt anstecken an dem Reverse Eingang vom Multimedia Gerät für das Signal und jetzt haben wir ausschließlich noch Plus und Minus, dass wir genau so anschließen können, wie gerade eben bei der ersten Kamera gezeigt, auf Plus und Minus hier miteinander verbinden mit unsere Quetschverbinder, die wir hier halt mit drauf quetschen müssen und auf Plus und Minus verbinden, damit haben wir auch diese Kamera bereits fertig angeschlossen, weil wir haben ja auch dieses Reverse Umschaltsignal von unserem CAN-Bus bereits hier mit verbunden. Wer ein Fahrzeug hat, der keinen CAN-Bus Adapter benötigt und sagt, naja, ich habe jetzt aber kein Reverse-Signal, kann, deswegen ist es auch ein bisschen länger, aber wahrscheinlich muss man sogar noch mehr verlängern, am Rücklicht, am Rückwärtsgang Licht das Signal auch abgreifen und manuell hier drauf gehen, die Möglichkeit gäbe es auch, aber wie gesagt, die meisten bauen wahrscheinlich sowieso so einen CAN-Bus Adapter mit ein und da liegt das Signal bereits hier analog an, dass wir das direkt verbinden können. Auch bei der Kenwood CMOS 230 schaut es nicht anders aus, wir haben hier dieses kürze Stück in die Trockenzelle rein, verlängern das ganze mit unserem Verlängerungskabel und vorne am Autoradioschacht kommt wieder an unser Signal von der Rückfahrkamera und ein Plus und ein Minus, welches ebenfalls auf Masse und auf Zündungsplus angeschlossen werden muss, genau wie bei den anderen zwei vorherigen Beispielen und auch diese Kameras haben alle kein Mikrofon eingebaut, sondern ausschließlich das Bild, welches hier von der Kamera übertragen wird. Als Letztes haben wir noch die ZERVC80MT MK2 von Zenec, da haben wir eine kleine kleine Besonderheit, wir haben wieder mal unser kurzes Kabel für die Trockenzelle, verlängern das ganze dann mit diesem einfachen zum steckenden Stecker, der wasserfest ist sogar noch und vorne am Autoradioschacht haben wir zum einen unser Video Signal, wie bei allen anderen Kameras auch, wir haben ein Anschluss mit drei Anschlüssen für Strom und zwar haben wir jetzt einmal Dauerplus tatsächlich, wir haben Masse und wir haben Zündungsplus und Zündungsplus und Masse können wir natürlich genauso anschließen wie gerade eben, mit Plus und Minus hier die entsprechenden Gegenstecker drauf machen und das gleiche müssen wir jetzt in dem Fall noch für das Dauerplus machen, der Vorteil an so einer Kamera ist dann, wenn ein Kan-Bus Adapter verwendet wird, der zum Beispiel auf dem Zündungsplus nicht genügend Strom drauf hat, um zwei Sachen anzuschließen, also einmal muss er ja das Autoradio an und ausschalten und zum anderen müssen wir jetzt die Kamera in Betrieb nehmen und alles braucht Strom und es gibt durchaus Kan-Bus Adapter, die haben wir zwar nicht im Programm, aber es gibt welche, die machen da vielleicht nicht so viel Strom drauf und auf einmal geht die Kamera nicht an oder das Autoradio geht nicht mehr an, deswegen gibt es hier die separate Stromzufuhr über das Dauerplus, welches der Betriebsstrom nachher auch für die Kamera ist und nur das Zündungsplus als Einschaltsignal genommen wird und natürlich die Masse hiermit vorhanden ist. Was wir hier auch noch mit dabei haben, ist ein Kabel, welches ich auf Masse legen kann, dieses grüne, damit schaltet das Bild hin und her, das heißt, damit ich spiegelverkehrt habe, je nach Fahrzeug, wie ich die Kamera halt einbaue, kann ich das Bild entsprechend drehen. Dieser Teil hier ist ja sehr theoretisch und ich habe euch zwar ein paar Praxisbeispiele gezeigt, aber wir haben auch einige Videos schon gedreht, wo wir im Fahrzeug die Kameras einbauen, das ist natürlich auch bei jedem Fahrzeug ein kleines bisschen anders, aber damit ihr euch da mal Anreize holen könnt, haben wir auch vom Golf fünften Video, wir haben vom Golf sechsten Video, wir haben Ducato Video schon gedreht, wir würden euch die Videos natürlich alle unten im Videobeschreibungstext verlinken, damit ihr da überall mal reingucken könnt. Dieses Video handelt ja ausschließlich von dem Anschließen einer Nachrüstkamera an einem Nachrüstautoradio. Wir werden euch noch in den nächsten Wochen ein Video machen, wo wir euch zeigen, wie man eine Nachrüstkamera an einem Werksradio anschließt oder auch die Werkskamera an einem Nachrüstradio anschließt. Jetzt hoffe ich, dass ihr keine Fragen mehr habt, was dieses Thema betrifft und eure Karre jetzt Kratzer und Dullen frei bleibt, wegen Eigenverschulden beim Rückwärtsfahren. Wir sind natürlich auch auf Instagram, da werden wir auch gerne mal von euch verfolgt oder ihr liked uns auf YouTube und auf Facebook, abonniert uns auf YouTube und liked uns auf Facebook und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Olli.